Hallo, ich bin Simone Fritsche und ich arbeite im PR-Bereich bei Acer. Wir sind heute auf der CeBIT und ich habe euch das Acer Liquid E3 mitgebracht. Das ist unser neues Smartphone und es ist 4,7 Zoll groß, hat ein HD-Display mit IPS-Technologie und intern Speicher 16 GB. Das Gerät hat einen 1,2 GHz Quad-Core Prozessor und 2 GB RAM. Besonders an dem Gerät ist, dass es eine Kamera mit 13 Megapixel hat und auch vorne eine Kamera und das Besondere hier auch mit Blitz, sodass man schöne Selfies schließen kann, wie es ja gerade auch sehr modern ist. Schön an dem Gerät ist auch, wir haben hier wie üblich bei Acer die Floating-Apps, sodass man verschiedene Apps gleichzeitig nutzen kann, sowie auch verschiedene Quick-Modes, sodass das Gerät zum Beispiel auch für Senioren oder für Jugendliche oder verschiedene Gruppen einzurichten sind und schön anzupassen sind. Das Gerät wird Ende April für 249 Euro in den Handel kommen.